War das ein Frutzer? Hey ihr Süßen, ich bin Sida. Ich hoffe es geht euch gut. Heute geht es von mir ein Experiment. Und zwar, welches? Zeige ich euch direkt. Ich habe heute Baby Elanchen bei mir. Und Elanchen und ich werden heute Mama und Tochter spielen. Das heißt, ihr werdet... Genau, ja. Ich werde... Elanchen wird heute meine Tochter sein. Und ich werde heute Mama-Aufgaben erledigen. Und zwar 24 Stunden. Und Elana ist ja echt ein aufgewecktes Baby. Was hältst du davon, dass ich heute deine Mama bin? Aha, okay. Die begeistern von hälzischen Grenzen. Ja, endlich. Übrigens, im Hintergrund hört ihr die richtige Mama. Das ist meine Freundin Seth. Elana, hör auf meine Haare zu essen. Nein, guck mal. Auf jeden Fall. Auf geht's. Wir müssen ja erst mal die Milch vorbereiten, bevor ich sie dir geben kann, oder? Wieso wir? Du? Ich meine, ich... Ich meinte mit wir meine Brüste. Und zwar bekommt sie ihre Milch. Ich muss die... Ja, genau. Oh, wuuh. 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 Wuuh von mir trinken. Inein geht's. Was? Ja. Schatz, die Flasche ist kaputt. Ja, das ist so eine Anticholikflasche, damit sie nicht so pupsen muss. Haha, Pupsi. Damit sie nicht so Bauchweh bekommt, so viel Luft schluckt. Aua. Die schlägt mich die ganze Zeit. Das hat sie nicht von mir. Oha. Sieben Löffel? Ja. Mädchen, du bist ganz schön teuer. Jetzt müssen wir warten, bis es auf 40 Grad ist. Genau. Und jetzt, also jetzt möchtest du warten. Ich würde ihr alles hier einladen. Also das muss ich dir lassen. Es ist perfekt. Ja, das ist so eine Anticholikflasche, damit sie nicht so pupsen muss. Du musst gucken. Wobei soll ich denn gucken? Ja, ob das richtig dann sitzt immer. Um Himmels Willen. Abo. Das ist bestimmt das Jugendamt wegen mir. Ja, das ist so eine Alex. Ja, das ist so eine Trungursаль electricity. Helanchen hat gerade fahrerisch auf mich gepuppert. Und jetzt bin ich gespannt, jetzt werde ich ihr nämlich die Windel wechseln und Elanchen, ich hoffe, du hast keinen Kacka gemacht. Habt du Kacka gemacht? Schatz, erst mal die Socken, sie hat nämlich die Strunkhose auch an. Ach so, das wüsste ich nicht. Ich weiß, frag mich mal. Elanchen, so funktioniert das nicht. Na, zack, 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 Elana, guck mal. Zack, zack, zack. Ach so, Raya, ich kann nicht, wenn ich schwöre. Das ist in einer Katastrophe, wenn ich jetzt Mama wäre. Ich schwöre es nicht. Jetzt geht es darum, zu spielen und ich glaube, darin bin ich gut. Ne, Elanchen? I don't give up, eh? Ja, okay, dann wollen wir mal loslegen. Bälle, Bart ist nicht so ihr. Nicht deins. Oder so. Das ist für die Motorik, Mann. Ja, ich gehe mit dir. Hallo. Hallo. Wien. 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 Nein, Elana, nein. Nein, Schatzi, nein. Das darfst du nicht. Nein. Brei. Ich werde die Kleine jetzt füttern und sie wartet schon richtig gespannt auf ihr Essen. Deshalb würde ich sagen, lassen wir die Kleine nicht mehr warten und auf geht's. You suck. Oh Gott. Von wegen du übernimmst meine Aufgaben, Schätzchen. Zehn. Also Elana hat auf jeden Fall schon ihre Milch getrunken. Sie hat schon ihre Windeln gewechselt bekommen. Und jetzt möchte sie entertaint werden. Ich breche das Projekt an. Ich wollte dich halt nicht wecken. Ach Quatsch. Weil du so schön geschlummert hast. Ich habe die Kleine nicht gehört, obwohl wir ja ein dickes haben, Baby von uns. Aber gut, ich gebe es zu. Wir haben auch bis halb zehn geschlafen. So, meine Lieben, das Experiment Mama ist jetzt vorbei. Ich habe jetzt nicht durchgehend gedreht. Das geht auch nicht. Das ist offen die Kleine ein bisschen stressig. Aber ihr habt ja ein paar Szenen gesehen. Und die Sevin, ich weiß nicht, die hat mich als Mama gemacht. Also ich bin ehrlich, du hast dich richtig gut angestellt. Dankeschön. Und was sagst du, Elanchen? War ich wirklich gut? Also warst du zufrieden mit meinen Leistungen? Das war ein, ich weiß nicht, was willst du? Aber Elanchen ist auch wirklich ein super süßes und, Elanchen, ich rede gerade gut über dich. Ein super leichtes, pflegeleichtes Baby. Und es macht so viel Spaß mit ihr. Und ja, Elanchen, du bist jetzt auch langsam müde. Ich glaube, sie will jetzt noch schlafen. Ja, die muss jetzt erst mal Mittag schlafen. Ja, dann sagen wir mal Tschüss, machen wir winke, winke, Elanchen. Elanchen, mach mal winke, winke, die Lehmann. Die, Elanchen? Nein, winke, winke. Ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Oh, sorry, ich habe dich gestört, ne? Oh, ich höre gar nicht mehr auf. Tschüss, ihr Lieben.